Dritten, das könnt ihr euch denken von mir selber, also von meiner rechten Hand meistens, beziehungsweise von den Zeigefingern meiner rechten Hand, das ist mein stärkster Finger zur Zeige. Und ja, es sind fünf Strophen, Redestrophen an einen Überschritt. Und ja, fangen wir an, ich muss noch kurz reinkommen und dann geht es gleich. Ja, das ist jetzt auch... Das kann ich stundenlängern. So, jetzt habe ich ihn mit, um ihn weiter ein bisschen, und so, und hier steht auch, die Lauf, die Lauf, die doppelte, okay, dann fangen wir jetzt an, wir haben gesagt, mit der 5 ist los, bei 3, 3 fangen wir an, 1, 2, 3, und die erste Strophe heißt Zeich, und los geht's. Alle Gummens essen Fleisch, nur das Mädchen, Kinsalettchen, Alle Gummens essen ein halbes Schwein, nur bei ihr kommt kein Schwein rein. Die zweite Strophe heißt Käse. Alle essen Leberkäse, nur auf ihre Teller, kommt Mozzarella, alle kriegen ihn nicht voll im Hals. und sie braucht nicht mal Fels. Die Ritzschrofe heißt Besteck. Alle essen mit der Gabel, nur das Mädchen im Städtchen, und alle fragen sie, wo war sie denn? Und sie sagt in Asien, Begitarische Frauen, gehör verhauen, gehör verhauen, gehör verhauen. sie die Jobs in der Fleischindustrie. Die Ritzschrofe heißt Besteck. Die Ritzschrofe heißt Besteck. Die Ritzschrofe heißt Besteck. Die Ritzschrofe heißt Besteck. Die Ritzschrofe heißt Besteck.